Dieses Video zeigt, wie Archicad das Punktwolken-GDL-Objekt aus der importierten Punktwolkendatei erstellt. Nach der Auswahl der zu importierenden Punktwolkendatei und der Einstellung der Zuweisungen der XYZ- und RGB-Werte können Sie im nächsten Dialog einen Ort auf Ihrer Festplatte und einen Namen für das GDL-Objekt festlegen, das aus der Punktwolkendatei erstellt wird. Im oberen Teil des Dialogs können Sie einen Dateipfad sehen. Dies ist der Ordner, in dem Archicad die LCF oder Library Container File, die während des Imports der Punktwolkendatei erstellt wird, speichert. Durch Klicken auf die Taste Suchen können Sie einen anderen Ort zur Platzierung der LCF-Datei bestimmen. Der mittlere Teil des Dialogs zeigt in der ersten Spalte den Namen der Quellpunktwolkendatei. Die zweite Spalte zeigt den Namen des zu erstellenden GDL-Objekts an. Und die dritte Spalte zeigt den Namen der LCF-Datei an, die ebenfalls erstellt wird. Die LCF wird das GDL-Objekt enthalten und wird automatisch mit dem Archicad-Projekt verknüpft. Sie können den Namen des zu erstellenden GDL-Objekts in der zweiten Spalte in einen beliebigen anderen Namen umbenennen. Der Name der LCF wird automatisch dem von Ihnen in der zweiten Spalte festgelegten Namen angepasst. Im unteren Teil des Dialogs können Sie das Importverfahren durch Klicken auf die Taste Abbrechen unterbrechen. In diesem Fall wird kein GDL-Objekt oder LCF erstellt. Wenn Sie auf die Taste Erstellen klicken, erstellt Archicad die erforderlichen Dateien, platziert aber kein GDL-Objekt. Wenn Sie das Punktwolken-Objekt sofort platzieren möchten, klicken Sie auf die Taste Erstellen und Platzieren, um fortzufahren. Lassen Sie uns jetzt einmal die Taste Erstellen drücken. In Abhängigkeit von der Größe der Punktwolkendatei kann die Erstellung der Datei einige Sekunden in Anspruch nehmen. Während der Erstellung der Dateien bekommen Sie in der Mitte Ihres Archicad-Fensters Feedback zum Fortschritt des Vorgangs. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint eine Nachricht, die Sie über den Erfolg der Operation informiert. Drücken Sie die Taste OK, um fortzufahren. Wenn Sie nun den Befehl Ablage Bibliotheken und Objekte Bibliothekenmanager aktivieren, wird der Dialog Bibliothekenmanager angezeigt. Im Dialog Bibliothekenmanager können Sie unter Verknüpfte Bibliotheken die neu erstellte LCF sehen, die mit Ihrem Projekt verknüpft ist. Um diesen Dialog zu verlassen, klicken Sie auf die Taste Abbrechen oder drücken Sie die Taste Escape. Bitte sehen Sie sich auch die anderen Videoclips aus dieser Titelliste an, um mehr über die Zusatzfunktionen von Archicad in Verbindung mit Punktwolken zu erfahren.